Mal schauen, ob der heute mitspielt. Also herzlich willkommen zum spannenden Webinar über die Einsichten in den Darm. Ich bin ja auch spezialisiert auf die traditionelle chinesische Medizin und Diätetik, war auch über 20 Jahre lang Therapeutin für traditionelle chinesische Medizin und verknüpfe jetzt das Wissen Ost mit West und diesmal mit diesem Thema Darm, Darmgesundheit, Wichtigkeit der Darmgesundheit. Und da sind sicher einige sehr spannende Aspekte mit dabei. Wenn man sich das Verdauungssystem so anschaut, klassisch schulmedizinisch, wissen wir, geht los beim Mund bis durchgehend zum After. So wird es in der traditionellen chinesischen Medizin nicht dargestellt, sondern wir erklären das gesamte Verdauungssystem über den sogenannten dreifachen Erwärmer. Das ist ein Organ ohne Substanz, aber mit sehr, sehr viel Funktion. Also da liegt unser gesamtes Verdauungssystem mit drinnen. Es beschreibt eigentlich die Funktion unseres Verdauungssystems, so wie wir es kennen. Also unser Verdauungssystem, so wie wir es kennen, mit Mund, Speiseröhre, Magen und was da alles dazugehört, Leber und so weiter, alles was da dazugehört, das ist der fassbare Anteil, der anatomische Anteil am Verdauungssystem. Die Funktionalität, wie das funktioniert, wie das mit den Nährstoffen funktioniert, wo die Nährenergie hingeht und so weiter, das erklärt die traditionelle chinesische Medizin und dementsprechend auch die Diätetik. Also in der klassischen Schulmedizin von Mund, Speiseröhre, Magen, Zülfingerdarm, Dünndarm, Dickdarm, Speichel, die ganzen Verdauungssäfte, die Nährstoffaufnahme, das wird eben über die klassische Schulmedizin erklärt. In der TCM geht es eben nicht um einzelne Organe, sondern immer um Funktionskreise. Das kann man sich wie eine Torte vorstellen. Wir Westler erklären ein Tortenstück und tatsächlich ergibt aber vieles dazu noch dann ein Gesamttortenbild und das erklärt eben die traditionelle chinesische Medizin in Form von Funktionskreisen. Da gibt es dann Partnerorgane, Partnergewebe, die da mit hineinhängen. Es gibt geistige Komponenten, ja, am Verdauungstrakt, geistige Komponenten, psychisch-emotionale Komponenten dazu, wie die Energieverteilung von diversem Verdautem funktioniert, Stoffwechsel, Immunabwehr, alles das, alles unsere nicht fassbaren, nicht greifbaren, nicht großartig messbaren Anteile. Das sind jetzt wieder die Aspekte, die die TCM erklärt. Und so ergibt es dann ein Gesamtbild. Es wird mit Yin und Yang dargestellt. Yin ist immer so ein bisschen der substanzhafte Anteil und Yang eher der Funktionsanteil. Und die zwei miteinander ergeben erst ein richtiges Ganzes, weil was nützt man? Ein perfekter Verdauungstrakt, wie es viele haben, messbar, untersucht von Ärzten von oben bis unten, überall hineingeschaut, wo es noch irgendwie geht. Und der Arzt sagt, ist alles in Ordnung, da passt alles. Also wenn der Yin-Anteil vollkommen in Ordnung ist, aber der Patient trotzdem Beschwerden hat, massive Beschwerden hat, wird es westlich-medizinisch oft erklärt als idiopathische Darmerkrankung. Das heißt, auf gut Deutsch übergesetzt, ich habe keine Ahnung, was du hast. Es wird dann auf die Psyche oftmals geschoben. Das ist aber jetzt der Aspekt, wo die DCM eingreift und sagt, okay, die Anatomie muss ja da sein. Der ganze Verdauungstrakt, so wie wir es klassisch kennen, muss ja da sein. Wir erklären, wie es funktioniert, was muss man tun, um Einfluss zu nehmen auf diesen Yin-Anteil, auf diesen organischen Anteil, auf diesen anatomischen Anteil, damit sich das Beschwerdebild wieder legt. Schauen wir uns jetzt aber mal detaillierter, also mal ein bisschen spitzer, diesen anatomischen Anteil an. Der ist ja super spannend da beim Darm. Es ist wenigen bekannt, dass die Darmschleimhaut Körperoberfläche ist. Die ist zwar hineingestülpt in den Körper, aber sie ist Oberfläche. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn man mit den Händen könnte und so an der Wange entlang in den Mund hineinfährt und hinunterfährt und weiterfährt und weiterfährt und weiterfährt, keine Wanne hinten wieder hinaus. Also man wäre nie im Körper drinnen. Das ist so wie ein Schlauch, der nach innen gestülpt ist. Also die Darmschleimhaut ist Körperoberfläche. Und erst wenn die Nährstoffe oder was auch immer durch die Schleimhaut durchgedrungen ist, ist es im Körper drinnen. Deswegen ist es so wichtig, auch eine Darpflege, eine Umtüdelung des Darms, ist genauso wichtig wie Duschen oder Zähneputzen. Das machen wir ja auch regelmäßig, damit unsere Haut gepflegt ist, sauber ist, auch der Keimstamm gut versorgt ist. Also man sollte sich um diese Oberfläche genauso gut kümmern. Weil wir schauen ja auch, wenn wir da jetzt, keine Ahnung, Schmutz oder was haben, dass wir das wegbekommen, was wir nicht haben wollen, weil wir auch wissen, dass das ja auch wieder durch die Haut in den Körper reingehen würde. Ja, der ganze Verdauungsapparat, der ganze Schlauch, wenn man so möchte, wäre insgesamt acht, neun Meter lang. Manche haben es ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Interessant ist aber, wenn man diese gesamte Haut nehmen würde und ausbügeln, ausbreiten würde, dann wäre die Hautoberfläche, also die äußere Hautoberfläche, ungefähr zwei Quadratmeter groß. Also ein großes Tischduch, kann man sagen. Wenn man das mit der Darmschleimhaut macht, nur mit dem Darm, ausbügelt bis nur, ja, dann wäre das eine Fläche von zwei Tennisplätzen oder einem Fußballplatz. Die Besonderheit an dem Ganzen ist, dass wir da sehr, sehr viele Ausbuchtungen, Einbuchtungen haben, sogenannte Krypten, darauf sind dann wieder Zotten und auf den Zotten sind Härchen, also eine riesige Oberfläche, damit sehr viele Nährstoffe dann durch das Ganze durch in den Körper hineinflutschen können und unseren Körper nähern können. Und wenn man diese ganzen Zotten, Härchen, Krypten, Ausbuchtungen, wenn man das alles ausbügeln würde, dann würde man auf die Fläche von einem Fußballplatz kommen, den wir zusammengewurschtet in unserem Bauchraum haben. Ich glaube, mittlerweile ist es bekannt, dass 80 Prozent der Abwehrzellen im Darm sitzen. Das hat einen physiologischen Grund, dass wir genau dort sehr viele Immunabwehrzellen haben, weil die Darmschleimhaut selber, die besteht nur aus einer einzelnen Zellschicht. Also da stehen nur, also wirklich kleinste Zellen, eine Schicht und da ist dann dahinter schon unser Körperinneres. Was jetzt bei der anderen Haut, also bei unserer Oberhaut, das sind viele, viele, viele Zellschichten, verschiedenste Zellschichten, bis man da einmal im Körper drinnen ist. An manchen Stellen ist es ein bisschen dünner, aber nie nur eine Hautschicht. Und wir wissen, wie lästig das ist, wenn man sich schon an der Oberhaut mal verletzt. In der Darmschleimhaut, die ist noch viel, viel fragiler und die muss natürlich jetzt da sehr, sehr viele Immunzellen haben, damit jetzt die ausfiltern können, was kommt denn in den Körper rein, welche Bösewichte müssen wir denn da schon auffangen, damit nichts im Körper dann passiert. Also das ist eine Wichtigkeit, dass wir da schon sehr viele Immunabwehrzellen haben, weil wir nur eine einzelne Zellschicht haben, die uns trennt von der Innenwelt von uns, von der Außenwelt. Die Darmwände sind extrem, extrem mit Nervenzellen versorgt. Es befinden sich in der Darm, in den Darmwänden mehr Nervenzellen als im gesamten Rückenmark. Ja, da weiß man schon, was da passiert, wenn im Rückenmark was passiert, wie schlimm das ist. Also, ja, sehr interessant. Es werden sehr, sehr viele Hormone im Darm gebildet. Also das Serotonin, das Glückshormon, wo man so viel davon redet, wird zu 80% im Darm gebildet. Also da liegt auch unser Glück, kann man sagen, verborgen, wenn wir es nähern, wenn wir uns achtsam für den Darm, also um den Darm kümmern. Und leisten muss er natürlich auch einiges. Insgesamt im Leben 30 Tonnen Nahrung. Gut, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Und ca. 50.000 Liter Flüssigkeit. Ja, und dreieinhalb Stunden am WC, beziehungsweise einige Tage am WC. Ja, das ist dann so das Resultat. Gut, schauen wir uns jetzt noch einmal so eine Gegenüberstellung an von unserer klassischen Schulmedizin. Da ist ein Organ ein Organ. Habe ich Bauchweh, wird mal geschaut, liegt das im Magen, liegt das im Zwölffingerdarm oder woanders. In der DCM wird immer ein Paket angeschaut. Das sehen wir dann. Ich zeige es dann noch einmal vor. Wissenschaftlich gesehen wird es jetzt schön langsam klar, dass da irgendwie ein bisschen was mit der Psyche und mit dem Darm zusammenhängt. Aber so richtig ganz ernst genommen wird das ganze Thema nicht. In der DCM ist es untrennbar. Da werden eigentlich alle psychischen, die richtig manifesten psychischen Erkrankungen so ziemlich ausschließlich über den Darm behandelt. Wenn man jetzt aber alles so getrennt behandelt, der eine Arzt den Magen, der andere Gastroenterologe möchte man meinen, dass das alles zusammenhängt. Aber das ist es jetzt nicht ganz unbedingt. Auch da wird oftmals getrennt. Führt dann oft einmal zum Behandlungschaos, ganz besonders in der Ernährungsmedizin, ganz besonders bei Intoleranzen. Weil es nur der eine verstellt fest, Struktoseintoleranz, der andere Laktoseintoleranz. Da kommt der Dritte und sagt Histamin. Und der Vierte sagt dann noch, oh, das Gluten ist jetzt auch noch. Dann kriegt man vier bis fünf bis sechs bis sieben Pläne und geht mit den Plänen heim. Das, was beim einen steht, ja, das darfst du. Steht beim anderen, nein, das darfst du nicht. Und der Dritte sagt, unter keinen Umständen. Und im Endeffekt kennt man es überhaupt nicht mehr aus. Also das Behandlungschaos können wahrscheinlich Betroffene ziemlich nachvollziehen. In der DCM wird viel nach dem Ähnlichkeitsprinzip auch gearbeitet, auch bei den Lebensmitteln. Ein Lebensmittel, was sehr ähnlich dem Organ ausschaut oder dem auch entspricht, wird dann eher gegessen oder mehr gegessen. Am klassischsten ist vielleicht die Walnuss, die schon ausschaut wie ein Hirn. Ja, wird zur Hirnnahrung hergenommen, weil es mittlerweile auch westlichmedizinisch, dass die Walnüsse fürs Hirn sehr gut sind. Innen wie außen und vice versa ist ein sehr großes Thema in der DCM. Es wird nie der Mensch alleine nur behandelt. Ja, wenn ich von der DCM rede, dann rede ich von der klassischen DCM. Ich rede nicht von Akupunkteuren, die jetzt gerade mal ein Ärztekammer-Diplom gemacht haben oder schnellen Kurs, sondern von der klassischen, traditionellen chinesischen Medizin. Da war es auch früher so, wirklich in der klassischen Medizin, dass der Arzt keine Ordination hatte. Er ging immer, immer, immer zum Patienten nach Hause und hat auch zu Hause geschaut, was muss man im Haushalt, im Haus tun, damit es den Patienten besser geht. Na, das wäre Heiztag. Das wäre eine Sache. Es ist tatsächlich so, dass bei uns jetzt klassisch bekannt, ein bisschen als Feng Shui, da eine Flöte hinhängen, dort ein rotes Pantl. Nein, so ist es natürlich nicht gedacht, aber früher war dieses Feng Shui, diese Leere des Außen, des Raumes, des Einflusses von außen nach innen, ein Medizinanteil. Es ist so, wie man halt jetzt, Chirurgie, interne Pädiatrie und so weiter hat, war das ein Fachgebiet, diese Außenwelt für die medizinischen Gründe nach innen zu nützen. Es hat sich dann jetzt in späterer Zeit, dieses Feng Shui aus der Medizin ausgekoppelt, aber nicht getrennt. Ich erkläre es jetzt nicht weiter. Es wird nach wie vor mit hineingenommen, aber es hat sich jetzt aus der Medizin klassisch ein bisschen heraus dividiert. Wird aber noch hergenommen. Die Ernährungstherapie westlichmedizinisch ist auch nach wie vor, auch bei den Intoleranzen, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, spielt immer eine untergeordnete Rolle, nach wie vor. Und in der DCM ist es immer, immer, immer Priorität. Es ist auch nach wie vor in der DCM so, dass zuerst Ernährungstherapie zu erfolgen hat, bevor man andere Therapiemaßnahmen mit den Patienten durchführen darf. Also da ist die Akupunktur und die Kräutermedizin, die Kräutermedizin ist so, wie wir die Pharmakologie haben. Also das ist richtig, richtig, richtig Medizin. Also wie die Pharma, wie unsere Medikament Dösetherapie und eben diese Kräutermedizin und Akupunktur dürfen erst angewandt werden, wenn alle anderen Maßnahmen vorher zwar gefruchtet haben, aber vielleicht nicht alles behoben haben. Dann durfte man es einsetzen. Und auch da jetzt bei uns, wenn man zu Akupunktören geht oder DCM-Ärzten, ist meist, also es ist ganz, ganz selten, dass die Ernährung die Priorität hat, sondern da wird zuerst mal akupunktiert und naja, wenn sie zu Ernährungsberaterin gehen, ist recht, machen sie, wenn sie meinen, so auf die Art. Gut. Krankheitsbilder auch, also da habe ich für die DCM keinen Platz gehabt. Also das sind unglaublich viele Krankheitsbilder, die dire, die sind wir mit dem Darm über diesen dreifachen Erwärmer, über dieses Organsystem behandelt werden. Die westlichen kennen wir so gut wie, da sind auch einige dabei, die jetzt noch nicht so ganz Fuß gefasst haben, obwohl sie in den ärztlichen Dossiers drinnen stehen, als Krankheitsbilder, wie der Leaky Gut zum Beispiel. Da sind noch viele Gastroenterologen, die nicht wissen, was es ist, obwohl sie schon seit einigen Jahren drinnen haben, als anerkanntes Krankheitsbild. Aber wenn man so auf der DCM-Seite schaut, was alles jetzt, also da habe ich jetzt nicht einfach nur Krankheitsbilder aufgezählt, sondern welche, die wirklich über den Darm, über das Verdauungssystem, über diesen dreifachen Erwärmer direkt behandelt werden. Also noch einmal, die Ernährungsmedizin ist da wirklich an oberster Stelle in der Prioritätenliste der Medizin. Und da haben wir einige Sachen dabei, da würde ich jetzt westlichmedizinisch als Dietologin sagen, ja, ist in Ordnung, aber das hat jetzt mit Ernährung wirklich nicht viel zu tun, was man da machen kann. Also, ja, inklusive der psychischen Sachen, also so Gedankenkreisen, Sorgen machen, nicht loslassen können, festgeben und so weiter, das wird ernährungsmedizinisch auch behandelt. Genauso wie Bandscheibenvorfälle habe ich selber einmal in der Praxis als Nebenwirkung gehabt, dass eine Protrusion, also ein Fastvorfall nach der Ernährungsumstellung weg war. Und so, also da kann man ganz erstaunliche Sachen damit bewirken. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen die Partnersysteme an, wie ich es zuerst gesagt habe, in der DCM entspricht der Zwölffingerdarm, unser klassischer Zwölffingerdarm, dem Organsystem Milzbankrärs. Da muss ich jetzt dazu erklären, dass man früher in der DCM sehr, sehr spät erst auf die Anatomie zurückgegriffen hat. Man hat Patienten nie in dem Sinn autopsiert, sondern es ist eine Beobachtungsmedizin, wo man dann sehr akribisch über Jahrtausende Beobachtungen niedergeschrieben hat und in Verbindung zueinander gebracht hat. Da war das Organ in dem Sinn fast nebensächlich. Und man hat dann, wie dann die die Westler gekommen sind und das alles übersetzt haben und so weiter, mit diesem schönen Ausdrücken, wie man dann Systeme erklärt hat, nichts anfangen können und hat denen dann einfach halbwegs westlich verständliche Namen gegeben. Und da hat man dem System der DCM, das jetzt die Hauptvertauungsaufgabe überhatte, nämlich die Hauptaufnahme der Nährstoffe, der Verteilung der Energie und so weiter, das ist in der DCM tatsächlich Milzpankreas. Man hat es dann westlich Milzpankreas benannt, hat aber tatsächlich mit dem Organ Milzpankreas nichts zu tun. So sehr wir auch wissen, dass der Pankreas ein sehr wichtiges Verdauungsorgan ist, aber die Milz westlichmedizinische hat mit der Verdauung gar nichts zu tun. Also da bitte jetzt nicht das organisch festnageln und sagen, oh Gott, das will Milzpankreas mit der Verdauung zu tun. Nein, es hat aber diese Aufgaben, die der Zwölffingerdaumen hat, von der Wichtigkeit her. Tatsächlich ist Milzpankreas jetzt so der mittlere Erwärmer von diesem dreifachen Erwärmer, ist dem Erdelement unserer Mitte zugeordnet und hat so wirklich diese näherende Aufgabe zu allen Verdauungssystemen, zu allen Netverdauungssystemen, zu allen Organen, zu allen Funktionensystemen in unserem Körper. Der direkte Partner, es sind immer zwei, die direkt miteinander arbeiten, ein Yin-Organ und ein Yang-Organ, also wie wir es da haben, ein anatomisches, substanzhaftes, das etwas, das lebensnotwendig ist und eines, das macht, das tut, sammelt, wie der Darm, der sammelt etwas. Und da haben wir bei Milzpankreas als Partnerorgan den Magen. Der Magen sammelt den Speisebrei und Milzpankreas tut, das verteilt die Energie, das macht so diese Hauptverdauungsaufgabe, da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, das ist ein eigenes Seminar, sehr, sehr umfangreich, was das nicht alles tut, aber die zwei miteinander harmonieren, arbeiten zusammen und sind zuständig für weitere Gewebe, wie jedes Partnerorgan oder Organduo zuständig für weitere Gewebe ist, das sehen wir dann noch was. Und das Partnergewebe für diese Kombi, für Milzpankreas und Magen, ist eben die Muskulatur und das Bindegewebe. Also jegliche Art von Bindegewebsschwäche, sei es jetzt Zellulitis, sei es jetzt im Alter das Weichwerden vom Gewebe oder Schwangerschaftsstreifen oder eben, wenn Organe, Substanzen im Körper nicht an ihrem Platz bleiben, also Vorfälle, welcher Art auch immer, immer und es kann so ziemlich alles vorfallen, was man sich auch nicht vorstellen kann, oder auch Flüssigkeiten vorfallen, wie jetzt zum Beispiel ständig blaue Flecken haben, das heißt auch, das Blut bleibt nicht dort, wo es hingehört, also das Gewebe ist zu schwach, es tritt aus, aber einen blauen Fleck oder Wasseransammlungen, Ödeme zum Beispiel oder einfach Aufgedunsenheit, der Finger, ich muss jetzt nicht einmal offensichtliches Ödem haben, es sind einfach extra Zellulärflüssigkeit, die dort ist, wo es nicht hingehört, ist immer Rückschluss an die Mitte, an das Bindegewebe, es kann die Substanz, die Flüssigkeit oder das Organ nicht halten, da ist zuständig eben Milz-Bankreas in Kombination mit dem Magen, die Mitte, der mittlere Erwärmer, der geistige Aspekt an dem Ganzen ist das Grübeln, aber auch die Konzentrationsfähigkeit, ein gutes Funktionieren dieser Kombi Milz-Bankreas-Magen ermöglicht uns eine gute Gedächtnisleistung, eine gute Gehirnleistung, ich kann mich fokussieren, ich kann mich gut konzentrieren, kann aber auch das Thema wieder beiseite lassen und dann mich um was anderes kümmern. Ist da eine Disharmonie, funktioniert das nicht so ganz, komme ich in ein ständiges Grübeln, ständiges Nachdenken, im Kreis denken, kleben bleiben an Gedanken, kleben bleiben an etwas, das muss jetzt nicht nur an Gedanken sein, das kann nicht loslösen können von etwas sein, also sehr viele Aspekte, die, noch einmal, mit dem Magen-Darm-Takt, mit dieser Mitte, mit diesem dreifachen Erwärmer, den wir Zwölffingerdarm nennen, zusammenhängt. Westlich-Medizinisch, der Zwölffingerdarm wissen wir nur, der ist zuständig für die Grundversorgung des Körpers, mit Nährstoffen. Von Energie rennen wir ja gar nicht. Also das ist bei uns in der westlichen Ernährungslehre ja komplett ausgeklammert, dass Nährstoffe auch Energie bringen sollen. Wir übersetzen Energie immer mit Kalorien. Dass Fette Energie bringen, Kohlenhydrate Energie bringen, Ketonkörper Energie bringen, aber was da wirklich an Energie zusammenhängt, ob mich jetzt eine Speise munter macht, energetisiert, also in dem Sinn, ja, in dem Sinn munter macht oder nicht, das ist uns wurscht. Wenn die Makros stimmen, stimmt das Essen. Also Makronährstoffe, Eiweißfett, Kohlenhydrate, die energetische Wirkung ist bei uns völlig daneben. Also es können die Makros stimmen, aber wenn ich das Essen gegessen habe und danach müde bin, heißt es auf gut Deutsch, es war keine Energie drin, weil sonst hätte ich Energie, dann wäre ich munter, dann brauche ich keinen Mittagsschlaf oder bin plötzlich, oh mein Gott, ich möchte jetzt schlafen. Also Nahrung soll Energie bringen, nicht Makronährstoffe, sondern Energie und das kennen wir westlichmedizinisch nicht, deswegen habe ich den Pfeil jetzt definitiv dazu den Nährstoffen runtergemacht, Energie wird bei uns nur auf Kalorien runter reduziert und die stimmen ja ohnehin nicht. Also ja, das ist eher überaltetes System. Schauen wir uns dann noch ein anderes Partnersystem an, das ist nämlich auch total interessant. In der DCM wird dem Dünndarm, der Dünndarm hat da eine nebensächliche Rolle eigentlich, weil es ein Young-Organ ist, es ist ja nur ein Sammler, der sammelt nur den Speisebrei, wo dann die Nährstoffe in den Körper hineingehen. In der DCM hat der dazu noch einen starken Aspekt auf das Herz. Sein Partnerorgan ist das Yin-Organ Herz. Jetzt wird mal sagen, das verstehe ich überhaupt nicht, wie das zusammenhängen soll, dass der Magen irgendwie mit Bankres und Milz zusammenhängen kann. Mein Gott, aber wie kann denn das Herz mit dem Dünndarm zusammenhängen? Der Dünndarm beschützt das Herz vor herzlichem Stress. Das klingt jetzt sicher chinesisch für viele, aber Beispiel, es kann jeder nachvollziehen, wenn das übergeht, weil es einen Stress hat. Das kann ein herzlicher, wunderbarer Stress sein, weil, keine Ahnung, eine Oma kriegt das erste Enkelkind oder meine erste große Liebe Prüfung Reifeprüfung Matura zum Beispiel oder eine Prüfung auf Leben und Tod oder negative herzliche Stress wären plötzlicher Tod von Herzensmenschen, einem Herzenstier, plötzlicher Verlust der Existenzgrundlagen zum Beispiel, weil, keine Ahnung, große Katastrophe passiert ist oder sonst irgendwas. Also, wenn das Herz so richtig, richtig überlastet ist, was passiert dann? Klassisch, klassisch, erste große Liebe zum Beispiel, man geht vor diesem Event, vor dem es passiert, oder wenn es passiert ist, permanent aufs Klo mit Stuhldrang, also man muss nicht auf die kleine Seite, sondern man hat Stuhldrang. Das muss jetzt nicht ein klassischer Durchfall sein, es kann schon sein, dass der ziemlich breiig ist, der Stuhl, ist aber kein erschöpfender Durchfall, also wie ein kranker Durchfall, wenn man Keime in sich hat oder so, dann ist man nach dem ersten Durchfall so richtig schön erschöpft oder so, das ist da nicht der Fall, sondern es ist ein ständiger Stuhlgang, dass man drei, vier, fünfmal aufs Klo gehen muss und noch dazu extrem stinkig. Ja, auch in der DCM wird genau nach dem Stuhl Befund gefragt, wie der in der Konsistenz ist, ob der riecht, welche Farbe. Früher hatte man auch zu den Ärzten immer Stuhl mitnehmen müssen bzw. der Arzt hat sich den Stuhl angeschaut, ist jetzt in der DCM immer noch der Fall, das schon. Also ganz wichtig, wenn der Dünndarm das Herz reguliert ist, kann man sich so wie ein Überdruckventil vorstellen, geht das auf und man muss aufs Klo. Natürlich extrem störend, wenn ich zu meinem ersten Date gehe und für fünfmal vorher aufs Klo gehen muss und das muss stinkig ist das nicht so lustig. Also das ist so ein Entlastungsventil, dass die Hitze, die Herzhitze nach unten abgeleitet wird. Es ist ganz wichtig, dass man auch diesen Durchfall oder diesen Stuhldrang nicht stoppt. Das kann vorkommen, dass jetzt zum Beispiel Manager, die sich da was antun, die Stress in der Firma haben jetzt zum Beispiel in der ganzen zugesperrten Zeit und so weiter und sich da Sorgen machen um die Mitarbeiter und eine Konferenz nach der anderen jagt und die müssen aber dann ständig aufs Klo gehen, dass die zum Internisten gehen und sagen, bitte gib mir irgendwas, immer ständig aufs Klo, mach dazu. Das ist ganz, ganz schlimm, dass man diesen stinkigen Stuhl, der aufgrund dieser herzlichen Belastung stattfindet, wenn man den stoppt, bleibt die Hitze drinnen und dann kann dieses, das nicht abgeleitet werden und dann kann es zu Herzinfarkt, Schlaganfall, also irgendeiner Sensation da oben kommen, weil eben dieses Dampfdruckventil zugemacht worden ist. Also ein ganz wichtiger Partner eben fürs Herz und interessant auch, das Gewebe dazu, zu dieser Kombi Herzdünndarm ist die Zunge. Auch da wieder, klingt komisch, wir sagen zwar des Öfteren, der trägt sein Herz auf der Zunge, das ist ein sehr redseliger, herzlicher Mensch, aber auch da wieder mit dem gleichen Beispiel von vorhin, erstes Date oder mordsmäßige Aufregung, den einen geht die Zunge durch, die haben einen Sprechfluss, ich möchte jetzt nur kurz einwerfen, zwei pubertierende Mädels, die sich in einen Burschen verschaut haben, horcht denen einmal 10 Minuten zu, man versteht gar nichts. Da ist ein Geschnatter, ein Gekichere, das gehört auch dazu, das Kichern, und eben dieses Sprechdurchfall, diese Logorö ist ein Bild, dass jetzt diese Kombi in Disharmonie drüber geht. Die andere Variante ist das Brettformhirn, diese absolut nicht reden können, was auch möglich ist beim ersten Date, dass man nichts außer bringt, vor lauter geht das alles mit einem durch. Also die Zunge ist auch ein diagnostisches Mittel, um Rückschlüsse zu ziehen, wie geht es dem Herz und aber auch dem Dünndarm, diesem Kombisystem. Darum ist die Zungendiagnose auch so wahnsinnig wichtig. Man kann jedem an der Zunge verraten, ob er gerade verliebt ist oder nicht. Gute Testmöglichkeit. Also diese zwei Herz-Dünndarm haben als Partner Gewebe die Zunge und damit verbunden die Sprache und das Sprechen. Also der Logotherapeutische Beruf ist genau da angesetzt, wird bei uns mit Sprechen und mit Zunge behandelt. In der GCM geht man das über die Ernährung an und da hat man einige Möglichkeiten, das in Angriff zu nehmen. In Kombination natürlich mit der Logotherapie. Ich werde jetzt den Stotterer nicht zur Logotherapie schicken, aber ich habe ernährungstechnisch einige Möglichkeiten, wenn ich das weiß, dass das mit dem Dünndarm mit verbunden ist, der ja für unsere Ernährung ganz, ganz wichtig ist. Geistig, Lebensfreude, Klarheit der Gedanken, da haben wir wieder das Gehirn dabei. Wenn ich dieses Herz-Dünndarm Konstrukt gut nähre und wie nähere ich es über den Darm, weil Essen tun wir einfach in der Verdauungstakt, habe ich die Möglichkeit, zu Klarheit da Gedanken kommen, Lebensfreude und so weiter. Der Dünndarm steht auch für Aufnahme und Trennung von Brauchbarem und Benötigten. Das ist seine Aufgabe. Wir sehen es westlich an den Nährstoffen. Das, was gut ist, kommt in den Körper rein. Das, was wir nicht brauchen, wird weitergeleitet Richtung zu dem Dickdarm. Es ist aber auch im übertragenen Sinne in der DCM so gemeint, dass es natürlich auch Leute gibt, die einfach nicht trennen können. Das tut mir gut, das tut mir nicht gut, das nehme ich jetzt für mich auf. Das sind so Leute, die zum Beispiel in einen Buchladen reingehen und einmal 20 Bücher kaufen. Ungefiltert, das brauche ich, das will ich, das tut mir gut. Oder Ausbildungen, wenn jemand ein Ausbildungszertifikat von 50 verschiedenen Kursen und Zertifikaten, was er nicht alles gemacht hat, ein bisschen nachdenken, ob der vielleicht da eine Disharmonie in dem ganzen System drinnen hat, weil jemand, der das gut kann, der liest vielleicht einmal so eine Inhaltsangabe von einem Kurs oder von einem Buch oder was durch und sagt, interessant, aber nicht für mich, ist nicht mein Thema, lassen wir. Und dann gibt es eben Leute, die nehmen, 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 es gibt auch Leute, die essen, 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 dass man wieder über diesen Funktionskreis versucht zu behandeln. Disharmonie heißt eben dann, man hat dann keinen klaren Fokus, also keine Klarheit der Gedanken, sondern nimmt, nimmt, nimmt und im heillosen Durcheinander nimmt, aufnimmt, sammelt, sammelt, sammelt vor sich hin, ungefiltert. Westlichmedizinisch ist für uns der Dünndarm wirklich mit den Nährstoffen verbunden, Gutes kommt in den Körper rein, Schlechtes wird weiter in den Dickdarm, der macht schon was damit und dann wird es ausgeschieden, was wir gar nicht mehr brauchen. Da wird ein bisschen runter reduziert auf das Ganze. Geschweige denn, dass er irgendwas mit Zunge und Sprache und so weiter zu tun hat. Dickdarm, auch ganz wichtig, ist Partnerorgan Lunge und die zwei wieder miteinander haben das als Partner Gewebe, Haut, Nase, die gesamten Atemwege und die Schleimhäute da mit dazu. Auch sehr interessant und steht auch in der DCM ganz stark für die Immunabwehr. Lunge, Dickdarm sind das Kombi, Angebot für die Immunabwehr. Wenn man jetzt so betrachtet, machen ja Dickdarm, Lunge und Haut dasselbe. Sie nehmen auf die Nährstoffe der Dickdarm, die Lunge den Sauerstoff und die Haut nimmt nicht nur auch die Luft auf, sondern auch Substanzen von außen, aber auch die Wahrnehmung von außen, sei es Berührung, sei es Eindrücke, sei es Energie, das geht alles über unsere Haut hinein und alle drei geben Verbrauchtes, Altes, Schlackiges, Ungutes, Nichtgebrauchtes nach außen wieder ab. Also wir machen eigentlich das Gleiche, passen sehr, sehr gut zusammen, stehen auch für Kommunikation, auch die Haut ist ein Kommunikationsmittel, die einen lassen Berührung zu, die anderen nicht, manche zeigen, dass sie eine Abgrenzung haben an der Haut, kann sich an Hauterkrankungen zeigen zum Beispiel oder ich kann den nicht riechen, sagt man auch, das ist auch so eine Abgrenzungssache, also da steckt sehr viel Interessantes mit drinnen, interessant ist, wir bringen den Dickdarm sehr oft nur mit Verdauungsproblemen in Verbindung wie zum Beispiel Verstopfung, manche Leute haben aber keine Verstopfung, aber trotzdem eine Verstopfung, die haben chronische Nebenhöhlen Entzündungen, das ist die Verstopfung im Gesicht, die äußern es nicht in Form von Darmproblemen, sondern chronische Sinusitis, Nebenhöhlen Leiden sind eine Disharmonie, jetzt in dem Fall wäre es das Metallelement Dickdarm, Lunge, die sich im Gesicht äußert, also mit diesen Nebenhöhlen Geschichten. Auch da wieder, der Dickdarm sollte jetzt wirklich an nicht notwendiges loslassen können, steht wirklich mit dem Thema Loslassen von Verbrauchten in Verbindung, wenn da eine extreme Disharmonie ist, dann wäre es jetzt dem Messy-Syndrom zuzuordnen zum Beispiel, das sind die Leute, die überhaupt nichts wegschmeißen können und auch da ihre Ordnung, ihr System da drinnen haben. Westlichmedizinisch bringen wir den Dickdarm schon mit einigem von dem dann in Verbindung, zum Beispiel auch bei den Intoleranzen wird ja auch eine Substanz, wie zum Beispiel Fructose oder Laktose getrunken und dann ein Atemtest zeigt dann das Endprodukt, weil man da wartet, was die Keimchen im Dickdarm aus dem Ganzen machen, kann es dann messen. Dass der Dickdarm auch was mit der Haut zu tun hat, hört man dann spätestens, wenn man die ersten Pickel kriegt, dann heißt es nicht so viel Schokolade, wenn man etwas Falsches isst, dann zeigt sich das an der Haut. Dass das zusammenhängt, weiß man jetzt schon irgendwie. Mit Verstopfung bringt man das schauen wir uns in weiterer Folge auch noch genauer an. Es hat sich bei uns jetzt schon langsam durchgesprochen, dass zwischen dem Darm und dem Gehirn eine Verbindung besteht. Das ist noch nicht so lang, dass man das bei uns westlich medizinisch ein bisschen hört. Richtig etabliert ist es noch nicht. In eingesessenen Medizinkreisen in der DCM weiß man das schon lange. Ich habe jetzt nur da die Aspekte von den vorhergehenden Folien noch einmal rausgeschrieben. Tatsächlich wäre die Liste um vieles vieles länger. Da weiß man schon lang, die ganzen geistig emotionalen Geschichten werden in der DCM immer über diesen dreifachen Erwärmer über dieses Darm Verdauungskonstrukt behandelt. Bei uns wird auch der Darm als Bauchhirn bezeichnet, weil es da die Bauchentscheidungen gibt. Es gibt noch mehr, man ist draufgekommen, dass da viel mehr noch drinnen steckt im Darm. Ich bezweifle es ein bisschen, dass das das zweite Hirn ist, dieser Darm. Schauen wir uns das einmal an. Es gibt eine wirklich direkte Verbindung zum Gehirn vom Darm. Das ist der sogenannte Vagusnerv. Und da gibt es wirklich eine direkte Verbindung. nur diese Verbindung ist meiner Meinung nach extrem holprig und einseitig. Da war ich selber ganz erstaunt, wie einseitig das Ganze ist. Es gehen nämlich 90% der Informationen auf diesem Highway vom Darm ins Hirn. Und nur 10% retour. Also deswegen bezweifle ich diese Aussprache zweites Hirn. bei der Informationsflut Richtung Hirn möchte ich jetzt irgendwie dann doch meinen, dass eigentlich das Haupthirn woanders liegt. Die Transportmittel auf diesem Highway, wie das funktioniert, dass die Informationen, diese geballte Ladung an 90%, das ist viel, geht über Nervenbahnen, geht über Hormone, wie ich schon erwähnt habe, das Serotonin, 80-90% des Serotonin, des Glückshormons, werden im Darm gebildet und haben dann Auswirkungen im Kopf, im Hirn und das Hirn steuert dann, wie es uns dann körperlich geht. Aber die Urinformation kommt aus dem Darm, aus dem zweiten Hirn. Die Stoffwechselprodukte der Bakterien, des Mikrobioms sind die Transporteure ins Hirn, Neurotransmitter und 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 also es liegt an uns, wie wir diesen Highway füttern, ob wir da jetzt denn wirklich jetzt so ein bisschen noch als Komposthaufen sehen, ja ist eh wurscht, es kommt ja hinten eh wieder irgendwie raus, oder ob wir wirklich gute, hochwertige Nahrungsmittel hineingeben, damit auf diesem Highway auch wirklich die Top-Informationen weitergeleitet werden können. Diese Nahrungsmittel, die wir ja nur nach den Makronährstoffen, Vitamine, Mineralstoffen und so weiter klassifizieren und sagen, was brauchen wir denn im Körper von dem Ganzen, ist eine Sache, wenn man die so runter reduziert. Interessanter wird das Ganze, weil diese Nahrungsmittel ja eigentlich unsere Mitbewohner nähern und diese Mitbewohner, dieses Mikrobiom, diese Darmflora, wie es früher geheißen hat, sind das eigentlich wirklich Wichtige an diesem ganzen System. Da möchte ich jetzt nur kurz drauf eingehen, es sind so unglaublich viele, wir haben in uns 100 Billionen Keime, ich habe da die ganzen Nuller dann dazu geschrieben, es ist unglaublich, wenn man so denkt, ein Bakterium zum Beispiel oder ein Virus oder ein Pilzchen oder so, das sieht man ja mit freiem Auge nicht, es ist so klein, dass man so ein Mikroskop nur sieht und wenn man diese ganze unsichtbare Masse in uns zusammenballen würde, dann würde das ein Gewicht von 2 bis 3 Kilo ergeben, also von diesem unsichtbaren Zeug und von diesem Mikrobiom, von diesen Keimen sind 99 Prozent im Dickdarm, nicht im ungemütlichen Dünndarm oder schon gar nicht im Magen oder was, das sind nur ganz, 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 ganz wenige oder wenn sie sich verirrt haben, so ein Helicobacter oder sonst irgendwas oder Candida oder sonst was, unangenehm, aber dann sind sie halt woanders und wir müssen uns so vorstellen, es gibt kein Gut oder Böse, man muss sich jetzt ein bisschen so vorstellen, dass dieses Mikrobiom, diese Keime, so unterschiedlich, also es ist eine Bevölkerung einer Stadt, kann man sagen, und da gibt es unterschiedliche Berufsgruppen und mal sind die einen ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, die müssen, also man kann ohne einer bestimmten Berufsgruppe nicht, die müssen alle untereinander gut werkeln, sie sollen nur diverse nicht gerade Überhand nehmen, also wenn jetzt eine Stadt nur mehr aus Kanalmännern oder Müllmännern besteht, aber dafür keine Ahnung, Bäcker mehr da sind oder Lebensmittelhändler mehr da sind, dann wird es ein bisschen blöd, die ganze Geschichte. Also wir brauchen die Müllmänner, die Kanalmänner genauso, wie wir die Bäcker brauchen, wie wir die Bäcker brauchen, aber die müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen und haben jeder so seine bestimmten Aufgaben zu erfüllen, das bringt jetzt gar nicht was, die alles zu tun haben, das würde jetzt einfach viel zu weit führen, aber wichtig zu wissen ist auch, dass es wichtig ist, dass es eben viele Berufsgruppen, viele verschiedene Arten in diesem Mikrobiom gibt, das ist die sogenannte Diversität oder Artenvielfalt, da haben wir diverse schon vorgegeben über die Genetik, aber auch über die geografische Herkunft, das schaut im asiatischen Raum anders aus wie bei uns in Mitteleuropa wie in Südamerika, also das gibt es schon ein bisschen vor, Sport beeinflusst auch diese Diversität und natürlich ganz stark auch die Ernährungsweise kann da sehr starken Einfluss nehmen. Es sind von diesen ganzen Keimen, Keimarten, Berufsgruppen, wenn man so möchte, also ich habe noch gelernt 500 verschiedene Keime bekannt und das war nicht in der Diätologenschule, sondern Jahre später erst, ja, mittlerweile redet man von über 1000 verschiedenen Keimen und bin überzeugt, das ist noch ansteigend, diese Zahl, das ist ja erst so eine kurze Medizingeschichte, dass man sich mit dem Mikrobiom auch tatsächlich intensivst beschäftigt. Interessant ist, also das kann man genau messen, wie der Artenreichtum, der Berufsgruppenfeld in diesem Mikrobiom sich abspielt, das kann man messen und je mehr, umso besser, ja, dass das Ganze sich abspielt und von diesen Berufsgruppen gibt es eben, so wie ich schon gesagt habe, genetisch bedingt zum Beispiel oder eben ernährungstechnisch oder eben auch wo man lebt, verschiedene Spezifitäten, das ist auch bei den Städten, bei den Großstädten so, ich bin überzeugt, dass, was weiß ich, in Frankfurt mehr Banken und Banker gibt, wie jetzt zum Beispiel in Wien vermutlich jetzt im Vergleich zu Frankfurt mehr Künstler, Kabarettisten und sonst was gibt und keine Ahnung, in Rom wieder andere Berufsgruppen mehr gibt als sonst. Das sind also so Großfamilien, das nennt man dann übersetzt Enterotypen, da passt man dann irgendwo hinein, das kann man auch messen, ob man jetzt mehr zu der Familie oder mehr zu der anderen Familie gehört, also wie sich dieses Feld aufteilt an den einzelnen Mikrobiomen, wir schauen uns die jetzt nicht genau an, diese Familien, sondern zwei sind dafür sicher für viele total interessant, nämlich diese Bakteroides und die Firmikutes, das sind nämlich einmal die Schlankmacher Bakterien und einmal die Dickmacher, wir brauchen beide, also es sind in beiden Keimstämme drinnen, die wir dringend und nötigst brauchen, aber ich bin überzeugt, dass es viele gibt, die sagen, mit diesen Dickmachern habe ich so mein Problem, da will ich nicht mehr. Es ist wichtig zu wissen, dass man diese Bakteroides und auch die Firmikutes beeinflussen kann mit der Ernährung, es sollen die Bakteroides, wenn man schlank sein möchte, mehr sein, am besten noch doppelt so viele sein wie die Firmikutes. Das hat man genau festgestellt, da waren wir da noch mal ganz erstaunt, dass wirklich alle diejenigen, die schlank sind von den Bakteroides, das sind verschiedene, das ist halt eine Familie, mehr haben als von den Firmikutes. Die Firmikutes sind nämlich böse. Die können nämlich aus Ballaststoffen, die man eigentlich gar nicht verwerten kann, die können aus den Ballaststoffen Zucker gewinnen. Jetzt kann man sich low carb ernähren, was man will, wenn man das Gemüse und Nüsse und Keim, also so diese Ballaststoffe noch mit dabei hat, können die noch 20% mehr Kalorien aus den Speisen rausglätzeln, als wir wollen, wenn die Firmikutes eben noch hoch sind. Also das ist viel, 20%, das kann bis zu 250 Kalorien am Tag sein, das sind 6.000 bis 7.000 Kalorien im Monat. Also da geht Abnehmen ganz, ganz schwer, wenn die mehr sind. Ich habe mir jetzt erst selber eine Mikrobiomanalyse machen lassen und habe mir die zählen lassen. Ich bin zuerst einmal erschrocken, weil bei mir diese Bösen mehr sind, ist aber normal, das kann auch sein, sie sind ziemlich ausgeglichen bei mir, die zwei. Mir persönlich wäre es natürlich zehnmal lieber, wenn die anderen ein bisschen mehr wären und ich werde auch jetzt einiges daran setzen, die zu vermehren. Da habe ich schon einiges vor. Ich habe den Test machen lassen bei MyBioma, das wird im AKH in Wien ausgewertet. Hat jetzt ein paar Wochen gedauert. Ich habe es zu Silvester eingereicht und habe es erst vorgestern oder was die Auswertung kriegt, gerade richtig, dass ich es da einblenden kann. Schauen wir uns einmal an, wie man es nähern kann. Ich bin einmal gerne einmal bei der Vermeidenseite, also bei den Lebensmitteln, die mir die Schlankmacher, also die, die ich haben will, vermindern. Und da gehören Zucker hinein, natürlich Süßstoffe, ganz besonders das Aspartam gehört da rein, aber auch der Birkenzucker und Xylit. Es ist nachweislich, dass der ganz drastisch die Schlankmacher-Bakterien runtersetzt und fettreiche Ernährung setzt die auch runter. Das hat gleich eine Lösung, weil jetzt werden gleich einige aufschreien, die jetzt nicht ketogen ernähren. Stark verarbeitete Lebensmittel, plaststoffarme Kost, minderwertige Produkte, raffinierte Produkte, ob tierisch, pflanzlich, völlig egal, Industrieware in dem Sinn, aber auch Alkohol, vermindern die Schlankmacher-Bakterien. Nähren, füttern, wird eine proteinreiche Ernährung, also mit hochwertigen Proteinen, also weg von den minderwertigen, tierischen, zu hochwertigen und die Ballaststoffe. Und Ballaststoffe haben wir ja viel zur Verfügung, auch in der Low-Carb-Ketogenen-Ernährung, vom Beta-Glucan im Hafer, genauso wie Inulin, Zitrusfaser, Bambusfaser, Kartoffelfaser, Kokosmehl, von dem ganzen Gemüse, Obst, Nüssen und so weiter, einmal ganz abgesehen, die ja sehr viele Ballaststoffe liefern. Auch nährend sind Hülsenfrüchte, Leinsamen, dann haben wir noch die Polyphenole von Spinat, Mangold, Zwiebel, Knoblauch, lieben diese Schlankmacher-Bakterien. Ja, und auch Pro- und Präbiotika, da sage ich noch gleich was dazu. Die, die jetzt sagen, naja, aber ich ernähre mich ja Fett. Ja, wenn ich das weiß, fettreiche Ernährung vermindert mir die Schlankmacher-Bakterien auf der einen Seite, aber ich brauche Fette. Also es ist ja immer ein Waagehalten. Dann ist es eben doppelt und dreifach wichtig, dass man eine richtig zusammengesetzte Ernährung hat mit allem drinnen. Da habe ich meine Fette drinnen, schaue natürlich auf die beste Qualität an Fetten, wenn ich schon Fett esse, dann auf beste Qualität und kombiniere das Ganze mit hochwertigen Ballaststoffen mit dazu. Viele haben ja auch in der ketogenen Ernährung, die machen sich ihre Mascarpone-Creme oder ihre Ham and Eggs, ihren Bacon irgendwo drauf und ja, Gemüse, man sein muss, aber jetzt nicht gerade übermäßig. Also die kommen jetzt mit ihrem Ballaststoffanteil absolut nicht ran. Also wenn schon die Fette esst, dann soll ich auch schauen, dass sie wirklich auf meinen Proteinbedarf kommen. Ein Gramm je Kilogramm Realgewicht ist Minimum, dass ich meine Ballaststoffe auch esse, das kriege ich auch Low-Carb-Ketogen hin, wenn ich mich nicht nur von Spiegeleiern und Speck ernähre. Und auf alle Fälle wichtig ist, Birkenzucker und Xylit sollte bei besonders denen, die abnehmen wollen, ein No-Go sein. Definitiv. Birkenzucker und Xylit wird im Dickdarm verstoffwechselt und da habe ich 99% meiner Keime und die fahren Rambazamba mit dem Ganzen. Ich sage dann gleich noch was zu diesem anderen Zucker noch dazu. Es ist jetzt ein Exkurs, weil ich weiß, da kommt jetzt sicher eine große Diskussion. Zucker fördert Entzündungen im Darm, führt sofort und ganz, ganz schnell zu einer Dysbiose. Das heißt, die Berufsgruppen verschieben sich zu ungünstig und noch ungünstiger eben zu den Dickmacherbakterien hin, indem es auch die Schlankmacher extrem senkt. Aspartam, Süßstoffe, andere Süßstoffe und das Xylit, besonders das Xylit, haben die gleiche Auswirkung auf die Darmflora wie Zucker. Nicht auf den Blutzuckerspiegel, natürlich nicht, aber wir reden ja jetzt von der Darmflora. Erythrit hat null Einfluss auf die Darmflora, gar nicht. Weder fördernd noch dezimierend. Erythrit wird im Dünndarm verstoffwechselt und kommt im Dünndarm in den Körper rein. Das streift den Dickdarm nur. Da kommt ganz wenig rein in den Dickdarm und das haben sie auch gemessen. Da gibt es Studien dazu, dass auch wenn Erythrit in den Dickdarm kommt, es keinen Einfluss auf dieses Spiel, dieser Firmekotis zu den Bacteroides hat. Stevia ist das gleiche. Also das passt wunderbar. Es geht jetzt wirklich Erythrit Stevia ist okay, das hat keinen Einfluss. Xylit Birkenzucker macht Rambazamba, ganz besonders eben jetzt bei diesen Schlankmacher und Dickmacher-Bakterien. Ein Aufenatmen für Kaffeetrinker. Die Bacteroides mögen den, also die Schlankmacher-Bakterien mögen den. Wichtig dabei ist, der muss schwarz getrunken sein, weil sobald Rahm drinnen ist, irgendein Keto-Creamer drinnen ist oder Milch drinnen ist, dann wird dieser nähernde Effekt für die Bacteroides witzigerweise verloren. Was er da mit dem Firmekotis macht, weiß ich nicht. Also da geht es wirklich nur darum, dass dann dieser positive Effekt auf die Schlankmacher-Bakterien verloren geht. Wenn wir uns jetzt die Pro- und Prä- Biotika anschauen, nur damit wir es einmal vollständigerweise haben, dass wir den Namen kennen, Prä-Biotika sind immer Nährmittel für die Bakterien, also die machen sich dann ihre Pro-Biotika draus, sagen wir mal so. Also da gehören jetzt die ganzen Ballaststoffe mit hinein und die Pro-Biotika sind schon Bakterien und Keime, die aktiv in den Darm gelangen und das können aber dann auch Symbiotika sein. Symbiotika heißt, da sind beides beieinander, also Prä und Pro. Bei Fermentierten zum Beispiel, da habe ich ja Gemüse drin, da habe ich schon Ballaststoffe drinnen, die wieder Prä-Biotika sind, plus Pro die Keime, die sich dann da gebildet haben. Schauen wir noch mal kurz, was jetzt so der Sport auf das Mikrobiom macht, weil der hat einen ganz starken Einfluss. Es steigt die Artenvielfalt, also mehr Berufe, mehr Arten, je mehr umso besser und es verschiebt sich das Verhältnis von diesen Schlankmachern zu den Dickmachern zugunsten der Schlankmacher-Bakterien und die Entzündungsfaktoren, die entzündungsfördernden Zytokine, die sinken und die anti-entzündlichen steigen an und gerade die Mikroentzündungen im Darm, das sind ja die Entzündungen, die man nicht so richtig merkt, die sind ja eigentlich Ursache für viele, viele Beschwerden, die sich nicht nur im Darm, sondern im ganzen Körper äußern und da ist es ganz wichtig, dass man eben das zu anti-entzündlich verschiebt und da reden wir jetzt von aerobamer, moderater bis intensiver körperlicher Aktivität, also man muss jetzt da nicht bis ans Beuschel raushaut, jetzt intensivs Sport betreiben, sondern regelmäßig intensive körperliche Aktivität im aeroben Bereich. Wichtig zu wissen ist, sobald man das wieder lasst mit dem Sport, dann sind diese Effekte wieder beim Guckuck. Schauen wir uns jetzt ein bisschen mehr oder näher noch Richtung zu diesem Intoleranz-Thema an, wie wir das westlich-medizinisch angehen, also wir schauen uns uns über den Atem-Test meist an, also ich rede jetzt meist von Fructose und Laktose und so weiter. In der DCM geht es eben um die gesamte Symptomatik. Die Symptomatik ist westlich-medizinisch, da kann es einen aufringeln, wenn der Test sagt, nein, ist nicht, dann ist es halt nicht. Das ist in der DCM ganz anders. Es wird klassisch in der westlichen Medizin bei den Ernährungsempfehlungen einfach die Lebensmittelgruppe rausnehmen. Wenn du bist auf das Intolerant, dann lass es bleiben. Dann bist du aufs nächste Intolerant, lass es bleiben. In der DCM macht man so nicht, sondern man geht wirklich auf diesen dreifachen Erwärmen, man stärkt, wo es nur gerade geht, einfach suppig-saftige Kost, individuelle Beachtung, noch einmal des gesamten Befundes, Hitze, Kälte, Trockenheit, Schimangel, Blutmangel und macht dann ein Gesamtkonzept für das Ganze und dann eben die entsprechende Auswahl der Lebensmittel kann mal kurzzeitig das Vermeiden sein, jetzt zum Beispiel bei der Fructose, aber dann fließt sie wieder ein und das ist dann ganz toll, wie das dazu wieder funktioniert. Wenn geht, macht man westlich-medizinisch, dass man Enzymzugaben gibt, bei der Laktose zum Beispiel gibt man die Laktase dazu, da funktioniert das, oder Medikamente, zum Beispiel bei der Histaminintoleranz und dann, wenn man schon so fortgeschrittene Ärzte, die sich ein bisschen darauf spezialisiert haben, machen auch dann einen Darmaufbau, eine Darmbehandlung und in der DCM ist es sowieso üblich, dass man dazu noch Empfehlungen gibt, das heißt Kurs, Qigong, Massagen, die Kräutermedizin und in ganz schwierigen Fällen wird auch die Akupunktur dann zu Hilfe genommen und dann hat man wieder ein Gesamtpaket. Also es ist auch einmal gut, wenn man zum Teil aus der Ernährung diverse Sachen rauslässt und die dann wieder implementiert, aber da muss man zuerst etwas verändert haben, dass man dann wieder tolerant wird dem Lebensmittel gegenüber. Also ich behaupte immer, dass die Intoleranzen, die man im Erwachsenenleben erworben hat, auch wieder los wird, wo es nicht so gut funktioniert, das ist beim Gluten, das ist zu happig, das wieder loszuwerden, aber das kann man dann ja ganz stark reduzieren oder auch weglassen. Aber bei Fructose, Laktose kriegt man es so hin, dass die Lebensqualität nicht leidet, dass man nicht wegen jedem Brösel dann wirklich Probleme hat. Der Darmaufbau, wenn wir den jetzt noch einmal anschauen, so westlich-medizinisch, da hat man wirklich jetzt schon einiges auf Lager, dass man Kollagen gibt zum Beispiel oder L-Glutamin für die Darmschleimhaut, um die zu stärken. Man gibt Pro- und Prä-Trabiotika, zum Beispiel aus der Apotheke, diverse Mittelchen. Antioxidantien werden oft mal gegeben. Wenn es ganz arg ist, verschreibt man eine Schonkost, die gibt es mittlerweile nicht mehr, man hat sie ungedauft in leichte Vollkost und da ist alles drin, was jetzt eigentlich nicht mehr so richtig darmverträglich ist. Ich habe noch Schonkost gelernt, da schauen mir die Kolleginnen jetzt ein bisschen verstört an, weil die haben es abgeschafft, also die Schonkost, die so klassisch auch unsere Großmütter noch gemacht haben, weil die haben es noch gewusst, wie man mit Darm umgeht. Und es kann sein, dass er einem Arzt auch wirklich einen Stuhltest verschreibt, damit man mal schaut, welchen Keimen geht es denn nicht gut, dass man gezielt genau den Keimstamm, die Berufsgruppe unterstützt, die es wirklich auch braucht. In der DCM geht man das Ganze mit dem Darm an, mit wirklich, wirklich langgekochten Kraftsuppen. Rindsuppe, Hühnersuppe, Markknochen, richtig langgekocht, das kann über Tage gekocht sein. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die 28 Tage gekochte Suppe für Wöchnerinnen, also die frisch entbunden haben. Und es wird wirklich nose to tail, da alles reingeschmissen, weil da wirklich alle Nährstoffe drinnen sind, die der Körper braucht, ohne es wirklich früher gewusst zu haben. Es werden regelmäßig Hülsenfrüchte, Algen, Fisch, auch da wieder von Putz und Stinge, Karpfen, Thunfisch und so weiter hergenommen, Meeresfrüchte. In der DCM weniger der Emmentaler, aber der wäre jetzt zum Beispiel da auch sehr empfohlen, ist jetzt dann gleich, warum. Es wird regelmäßig in der DCM immer Fermentiertes geben, ob Kimchi, auch die Sojasauce, die langgereifte, andere fermentierte Sachen, da gibt es ganze Palette davon. Dann wird immer auf saisonal, regional geschaut, viele Kräuter, viele Gewürze, suppig, saftige Zubereitungsmethoden, das sind alles Methoden, die wir früher, unsere Großmütter, Obergroßmütter auch angewandt haben. Und oh Wunder, die Sachen, die man westlichmedizinisch jetzt verschreibt und empfiehlt, sind in diesen Lebensmitteln, die klassisch, traditionell bei uns verwendet wurden, automatisch drinnen. Deswegen habe ich da auch jetzt den Emmentaler dazugeschrieben, weil da ist auch zum Beispiel das L-Glutamin drinnen, was jetzt beim Leaky Gut sehr gut auch wirkt, den Darm, die Darmzellwand wieder zuzumachen. Also wenn man so will, ist eine darmgesunde Ernährung wirklich quer durch, fast unter keiner Auslastung von irgendwelchen Lebensmitteln, sondern dass man wirklich schaut, eine gute Mischung zu haben in der richtigen Zubereitungstechnik, eben diese suppig, saftig gekochte, weil Rohkost wird ganz einfach nicht vertragen. Wir haben keine Bakterien, die die Rohkost zerklauben können. Wir brauchen dann noch zusätzliche Hilfsmittelchen, wie zum Beispiel beim Fermentieren, das nennt man ja das kalte Kochen, wo die Zellwände des Gemüses, der der Rohkost aufgemacht wird und auf spaltbar gemacht wird für unseren Darm. Da kann man es ja dann roh essen, es ist ja dann nicht mehr roh, es ist ja vorverdaut, in dem Sinn kalt gekocht. Also zusammenfassend kann man sagen, die Bakterien, das die Schlankmacher nähern, Zucker, einfache, raffinierte Kohlenhydrate, verarbeitetes rauslassen, Keime essen. Keime essen heißt jetzt nicht nur fermentiertes Kefir, Kumpucha, Rohmilch, ab und an einmal von hochwertigem Käse auch die Rinde mitessen, sondern auch das Vermeiden, möglichst Vermeiden von Keimfreiem, zu Tode Pasteurisiertes, Isiertes, Sterilisiertes, sonst irgendwas, wo der Körper keine Chance hat, der kommuniziert ja auch mit dem Außenkeimstamm. Ich rede jetzt nicht von Vergammelten, dass man kaputt ist, das ist schon klar, aber nicht jetzt alle Keime raus, alles desinfiziert und sterilisiert und so, also unsere Darmflora, diese Tausendkeime wollen genährt werden mit Kleinigkeiten und die sollte man ihnen auch geben. Abwechslungsreich essen natürlich, man kann den Darm unterstützen mit Kuren, mit Darmreinigungen, mit Massagen, Fußreflex, Dunstmittel, Wärmelflaschen, Bewegung, wie ich schon gesagt habe, Stressabbauung, ganz wichtig, das Nervosystem runterfahren. Umgekehrt aber auch, wenn man nur die Ernährung umstellt, ergibt sich im Außen so viel anderes, so viel anderes, das ist ganz, ganz erstaunlich, was man da beobachten kann. und wenn man sich um den Darm kümmert, ist es immer automatisch eine Pflege der Psyche, der Emotionen und umgekehrt. Also wenn es jemandem nicht gut geht oder jetzt alles auf den Kopf fällt, dann ist es umgekehrt, wenn ich mich um den Darm mit der richtigen Ernährung, mit diesem Wissen, wie wichtig das ist, sehr, sehr viel getan für die Psyche und die emotionale Stabilität. Und da hilft natürlich dann auch eine gute Schlafqualität mit, die aber auch wieder gefördert wird mit der Darmpflege. Also einfach nur unter Anführungszeichen mit dem Umändern von einigen Ernährungstipps, die ich jetzt da so gegeben habe, ändert sich an der Schlafqualität jetzt nicht von heute auf morgen, aber innerhalb relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel. Ganz erstaunlich ist ja, unser Körper tauscht sich ja innerhalb von sieben Jahren einmal komplett aus. Es ist echt toll, wie der das schafft. Das Dünndarmepithel austauschen dauert zwei bis vier Tage. Das heißt nicht, dass der gesamte Dünndarm in seiner gesamten Länge innerhalb von vier Tagen ausgetauscht ist. Das geht schon so etappenweise, aber es ist immer wieder ein Abbau der Zellen, neue Zellen und so weiter. Also das geht extrem rasch. Weiß man zum Beispiel, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf die Zunge beißt und da eine kleine Verletzung hat, das tut zuerst mal höllisch weh und man meint, was weiß ich, die halbe Zunge ist kaputt. Aber innerhalb von einem Tag, zwei Tage ist es vorbei. Also diese Regeneration geht sehr schnell und das passiert im Darm genauso. Zwei bis vier Tage. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn man 30 Tage am Darm arbeitet? Wenn man 30 Tage diese Schleimhaut umtüdelt und umsorgt, nur im Hinblick jetzt zum Beispiel auf diesen Highway zum Hirn, 30 Tage. Möchte euch jetzt dann vorstellen, ich habe da ein Angebot für einen, also das ist jetzt einmal einmalig, ein neuer Kurs von mir, wo ich 30 Tage anbiete, wirklich mit einer strengen Ernährung, das ist eine Eliminationsdiät, wo man wirklich Lebensmittelgruppen wie Hülsenfrüchte, Getreide und Milchprodukte rauslasst, die nicht nur Gutes dem Körper tun, sondern auch die einen mehr, die anderen weniger, den Leaky Gut fördern, dass man die heraus und lasst, es ist eine Eliminationsdiät, 30 Tage lang und so die Darmschleimhaut und so die Darmschleimhaut aufbaut mit dem Wissen Ost-West, Westen wissen wir, welche Stoffe den Leaky Gut fördern, also die Darmschleimhaut schädigen, diese dünne, dünne, dünne Schicht, damit aber auch die Immunabwehr schädigen und das ganze Mikrobiom durcheinander bringen. Wir lassen diese Lebensmittelgruppen heraus und kombinieren das Wissen aus der DCM mit dem Suppig-Saftig-Zubereiten, wenig Rohkost, wir fermentieren in der Zeit, wir, ich sage dann, gegen Ende des Kurses, auch wenn man Joghurt selber macht, da kommen ja die Milchprodukte dann peu a peu wieder in die Ernährung rein. Also ich habe da einen Kurs zusammengestellt, der geht jetzt nicht nur 30 Tage, sondern mehr wie 30 Tage, er fängt nämlich schon am Montag an, wir haben da in der ersten Woche eine Vorbereitungswoche, wo ich genau beschreibe, jeden Tag gibt es einen Lehrfilm, wie sich die Ernährung zusammensetzt, mit genauer Anleitung, natürlich mit Rezepten, bin schon am Zusammenstellen von Rezeptsammlungen, wo wir Kraftsuppe dann schon nochmal vorbereiten, weil wir uns dann täglich auch die Kraftsuppe, das Kollagen, das Suppe dann auch in den Körper hineinbringen, für die Darmschleimhaut. Es geht dann weiter in der zweiten Woche, in der zweiten Woche, da ist dann der 1. März, vom 1. bis 30. März, machen wir dann gemeinsam, ich bin mit dabei, ihr habt es gesehen, meine Firma Kutas, bin ich mit dabei, 30 Tage in einer exklusiven Gruppe, also einer geschlossenen Gruppe, wo wir uns gegenseitig austauschen können, wo wir uns unterstützen, in dieser Zeit mit Wissen, mit Rezepten, mit gegenseitiger Motivation und natürlich weiteren Tipps. Es gibt weitere Darmkuren, die man da gleichzeitig parallel dazu machen kann, wenn man möchte. Ich habe da jetzt sogar in dieser Beschreibung vergessen zu erwähnen, aber es ist dann die Therapeutin durchgekommen, wir werden eine eigene Einheit haben, Fußreflexzonenmassage, wie kann ich den Darm über Fußreflexzonenmassage auf Vordermann bringen, wie ich das kameratechnisch mache, habe ich noch keinen Plan, aber wir machen das, weil das wird, wer mich von früheren Kursen kennt, wo wir schon die russisch-chinesische Honigmassage per Video gemacht haben, wird das sicher eine tolle Geschichte. Ich habe 20 Jahre auf dem Sektor gearbeitet, also ich weiß, was die Fußreflexzonenmassage alles bewirkt. Wir werden eben diesen praktischen Tag, den Fermentiertag drinnen haben, also wo man das mit Kefir, Kumbucha, genau, Kumbucha erkläre ich dann noch einmal ganz genau dazu. Und so weiter. Also da kommt wirklich das ganze therapeutische Wissen auch von mir noch mit hinein. Startet eben am Montag, also am Sonntag geht die Gruppe auf, am Montag startet es und wir ziehen das dann durch bis 30. März, wobei die erste Woche noch eben die Lehrwoche ist. Wir bereiten alles vor, dass wir dann am 1. März losstarten können. Ideale Zeit jetzt, die Fastenzeit, wir sind vor Ostern dann fertig. Es richtet sich an alle, die in irgendeiner Weise etwas mit dem Darm zu tun haben, mit der Haut zu tun haben, auch jetzt mit der Stimmung zu tun haben, Depressionsneigung oder Konzentrationsmangel zu tun haben. Autoimmunerkrankungen, ganz wichtig, also für die Autoimmunen, die schon Richtung entzündliche Prozesse usw. reingehen. Oder auch für Leute, die einfach nur sagen, ich will meine Schlankmacher-Bakterien umtüddeln, sind natürlich da auch herzlich gerne mit dabei. Ich helfe euch gemeinsam, also nehme euch wirklich an der Hand, ich habe da jetzt wirklich jahrelang Erfahrung mit dem Ganzen, dass wir wirklich zu einer nachhaltigen Darmgesundheit kommen, mit deutlich weniger Beschwerden. Das geht innerhalb kürzester Zeit, also Woche, 10 Tage und seit in dem Sinn ein anderer Mensch wirklich, das kann ich versprechen, mit einer verbesserten Immunabwehr, besseres Hautbild, flacherer Bauch und gleichzeitig mehr Energie und Wohlbefinden. Das geht wirklich, wirklich rasch. Man kann es sich am Anfang nicht vorstellen, klingt arg, ist es aber nicht. Jetzt auch, wenn die Frage kommt, ja, vegetarisch ist es möglich, es sollte nur dann schon auch geschaut werden, dass immer wieder auch mal ein Fisch gegessen wird, weil es sonst fad wird, weil wir sonst sehr eilastig in der Ernährung sind. Ich habe jetzt das einmalige Angebot, ich mache diesen Kurs, das geht jetzt eben weit über fünf Wochen, fünfeinhalb Wochen ist der insgesamt, für 199 Euro. Dann werde ich den nächsten Kurs, da steht der Kurs, da ist dann alles drinnen und so weiter, dann gibt es den um den Preis nicht mehr. Also das möchte ich jetzt gerne nur euch da so anbieten, für diesen Preis. Es kommt dann die Anmeldung, Anmeldungsmöglichkeiten, wo ihr euch anmeldet habt. Es kommt jetzt alles mit dem Mail, zu euch zugeschickt. Und ja, es geht auch, wenn man schon entzündliche Prozesse im Körper hat, geht das ganz wunderbar. Wie gesagt, es wird am Anfang auch erklärt, wie das chinesisch-medizinisch angegangen wird, mit dem Suppig, Saftig und Gekochten. Das tut jetzt bei entzündlichen Prozessen extrem gut und kann so auch durchgetrogen werden. Ja, Vielen Dank.